Yo, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video mit dabei ist heute der sympathischste, der liebste, der gutaussehendste und der coolste YouTuber der ganzen Zeit. Evive HD. Nein. Alter, ich hab nicht damit gerechnet, dass du meinen Namen sagst. Ich auch nicht. Ich hab mir ein bisschen zu Herzen genommen, dass Leute wirklich denken, dass ich dich hasse. Das ist nicht der Fall. Leute, bei tatsächlich 20.000 Likes und 2.500 Kommentaren werde ich einen Tag lang nett zu Evive sein. Was haltet ihr davon? Tolles Video, oder? Wir sind wieder back. Lukas ist zurück aus Dubai. Ich bin nicht wach, wie ihr seht. Ich war gestern bis halb vier feiern und bin dementsprechend zerstört. Aber das ist in Ordnung, weil wir müssen heute nicht viel machen. Wir schauen uns mal wieder Trimax-Feld an. Es ist lange Zeit her. Trimax hat mal wieder Fortnite gespielt. Und ich würde sagen, wir beide als alte Profis dürfen uns herausnehmen, um uns das anzuschauen, oder Lukas? Aber eine Frage habe ich noch. Denkst du, in meinem kompletten Leben reakten wir auf deinem Kanal auch nochmal auf irgendwas anderes? Absolut nicht, Digga. Ich würde sagen, eins in die Alge. Und oh, Knossi, hier kommt Baby. Let's go. Ja, das sind so Düsenjets. Was ist das? Wann, hast du das letzte Mal Fortnite gespielt, Junge? Äh, ja. Ich musste niesen. Das hat mich völlig aus dem Konzept gebracht, die Flugzeuge. Er musste noch gar nichts machen, Digga. Ich musste niesen. Das hat mich völlig aus dem Konzept gebracht, die Flugzeuge. Max, es ist manchmal hart, du zu sein. Ich verstehe das, Bro. Ich verstehe das. Guck ihn dir an. Okay, ping mal. Warum ist deine Facecam jetzt so weiter oben? Ich weiß auch nicht, was da los ist. Warum ist die auch so groß geworden? Ja, ja, geil. Ah, geil. Blö. Oh, hast du die Edits gesehen, Alter? Holy shit. Bro, Max ist stabil geworden. Hast du gerade gesehen? Ja, mega krank. Das war gut. Das war wirklich gut. Ey, das sind drei Leute. Guck mal. Was ist das denn? Na gut. Na gut. Hä? Was ist das denn? Was ist passiert? Warum bist du so sauer? Ja, du kannst ihn nicht einfach so töten. Der kann ihn ja nicht einfach bei Fortnite töten, Digga. Also das ist... Was soll denn das? Das geht natürlich jetzt an der Stelle hier nicht. Immer komme ich zu spät. Jetzt pushe ich einmal und... Ja, ich kenne das. Was ist das denn für ein Clip? Von wann ist der denn? 2004? Bro. Der schielt ein bisschen, oder? Der schielt auch ein bisschen gerade. Guck mal. Das sieht einfach nicht aus wie Trimax. Das ist irgendwer anders einfach, der seinen Körper kontrolliert. Hä? Nein, das ist neu. Aber er hat verloren. Das hätte es werden können. Guck mal, der Typ Flex mit so Billo-Ellis. Guck mal. Einen bösen One-Pump geben. Oh nein. Oh nein, Max. Schade. Wo sind denn hier die... Was ist das? Yeet. Teuer Ball? Yeet. Daneben. Mach nochmal, Yeet. Er hat sogar getroffen. Was mit seiner Face-Gabe? Wo ist Trimax in den Bester? Digga, es sieht ganz seltsam aus. Mit diesen Haaren auch, ne? Er sieht doch viel jünger aus, irgendwie. Der sieht aus wie ein 10-Jähriger. Wo ist der Steinzeitmensch, den wir alle lieben, Alter? Was war jetzt? Jetzt werde ich einfach wieder so nervös. Das gibt es doch nicht. Das gibt es nicht. Bis in all den Jahren ist das nicht weggegangen. Ach komm, guck euch das doch an. Guck euch das einfach an. Aber Maffi, bist du so gut? Du schaust doch nur zu. Ja, ich schau nur zu, aber dann ist das eigentlich besser. Ah, ah, ah. Bitte erst auf mich drauf. Leichter Panic-Moment an der Stelle hier. Schönes rauseditieren hier. Jetzt geht es hier wieder rein. Sehr schnell gemacht hat er das. Edit, reset, Niki. Ich bin unfassbar... Bro, ich glaube, der Edit hat gerade 30 Sekunden gedauert. Also ich weiß jetzt nicht. Gut. Hast du für mich eine Angel? Angel? Angel ist hier vorne, direkt am Ufer weg. Warum redet er so? Lass uns zusammen ruhig machen. Ein Angel? Angel R. Merkel? Alter, guck mich mal an. Guck mal hier, ich lande jetzt vor dir. Okay. Ja, ja. Ich bin extra vor deinem Maul gelandet. Oh Mann, die sah so cool aus. Der ist einfach sauer. Wie so ein 10-jähriger, Digga. Der ist einfach sauer, weil er in der Lobby gelandet ist und das hat keiner gesehen. Oh Gott. Oh Gott, no. Mensch, ey. Alter, Miki, na? Was geht? Ja, ich hab das Leben gehört. Ja, sehr gut. Ich will mich benehmen. Ja, okay, dann komm ran. Er sagt immer, er benimmt sie. Dann benimmt er sich nicht und das ist wieder der gleiche Gag. Das ist jetzt die 65. Chance, die ich gebe. Ey, ich hab eigentlich echt wieder Bock auf Fortnite gerade, wie ich das sehe, ne? Ja, Fortnite, ich schwöre, es bockt doch wieder ein bisschen. Wobei, es wird wieder langweilig, wenn nur Superhelden neu kommen, aber... Wird jedes Mal lustiger, wenn er sagt... Lass mal die Tage wieder, wenn ich du wäre, machen, Alter, wirklich. Schön auf Ehrenlos mit so Aufgaben, wo so, wenn ich du wäre, würde ich Menschenhaut essen. So was, weißt du? Ja, ich könnte mal wieder ein paar neue Klamotten gebrauchen, deswegen vom Ding her lasst es gerne machen. Und ich könnte mal wieder ein paar Views gebrauchen. Also dann, auf geht's. Eins in die Alge, wenn ihr es wollt. So ein Ding. Er wird so doll lachen, wenn er mich wieder tötet. Was später geschah? Er wird getötet und er lacht. Oh, Micky, er wird wieder weg in die Team. Er baut ja auch so... Oh, Max, oh mein Gott. Oh! Oh, er hat ihn geholt. Max! Max, Alter! Oh mein Gott, Micky! Stark! Max, 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 Max! Max, du hast vorher mich kritisiert, dass ich sowas unterlassen soll. Oh mein Gott! Das muss ich aber jetzt noch sagen, das hat Max gut gemacht. Das, äh... Oh mein Gott! Er ist aber wieder ein bisschen zu stolz darauf. Das ist das unangenehm. Holy shit! Ich hab... Ich war viel zu flink! Das ist wieder zu... Das ist wieder zu flink! Ich war viel zu flink! Konntest du es fassen, als ich es so schnell editiert habe? Digga, der unangenehm flinke Boss. Im 360-Grad-Drehung? Wow! Der ist so stark, der Chimex, oder? Holy shit! Würdest du sagen, Chimex ist ein Vorbild für dich, Lukas? Ja, schon in gewissen Wegen so. Ja, für mich Frisurentechnik. Was mache ich denn? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Schleifst du, lass mich viel zuhören, wenn der stirbt. Das ist so... Das ist so schlecht! Das ist so schlecht! Was ist schlecht! Dass du dich selber boogiebombst! ...balanciert das einfach ist. Der war doch millionenmal besser als ich. Max, du hast dich einfach mit einer Disconade selber getroffen, Bro. Das liegt nicht daran, dass es unbalanced ist. Wir machen weiter jetzt. Vergessen. Aber DC hat Flash. DC hat Flash. Wer ist Flash? Der kann schnell laufen. Das ist einfach... Das ist so ein Superheld, der wird abgeschossen. Der läuft einfach weg. Das ist so einer. Weißt du, was ich meine? Er hat wirklich versucht, DC zu verteidigen. DC ist auch geil. DC hat Flash. Ja, okay. DC hat aber Batman. Ja, okay. Batman ist actually cool. Mein Arsch juckt. Digga, es gibt Sounds in dem Game. Die habe ich gar nicht auf dem Schirm. Sounds, ja. Also, das waren Bausounds, Max. Hä? Was hat das jetzt gebracht? Guck ihn dir an, guck ihn dir an, guck ihn dir an, wie sein Gehirn wieder arbeitet. Das trifft er niemals. Das trifft... Oh! Maximilia. Oh, neben mir ist ein Sniper. So hart passiert. Es ist ein Sniper. Dayday, man... Ne, mir ist... So, hey, hey, hey. Dayday. Er sagt Dayday. Neben mir close irgendwo, links, Norden. Mega, der denkt auch, der ist Pilot oder so. Holy shit, hat jemand... Green here? Green here. Er sagt, das ist peinlich. Ey, genau das gleiche habe ich gesagt. Junge, warum haben wir die gleichen Jokes? Wie, Dick? Das ist kein Joke. Achso. Stell dir vor, irgendein Zwölfjähriger sieht das jetzt, klaut die Kreditkarte von seiner Mom, payt sich am ersten Tag den Battle Pass durch mit Creda Code Trimax. Ist doch lost as fuck. Das ist doch eine Niete. Das ist offiziell, wer unter 18 ist und am ersten Tag den Battle Pass durchkauft und kein YouTuber und Streamer ist. Ist eine Niete. Okay, was ist mit den Leuten, die einfach unter 18 Bitcoin-Millionäre geworden sind oder so? Also die muss man ja ein bisschen ausnehmen, da. Offiziell confirmed. Confirmed. Ist das okay? Ist das okay? Hauptsache, er erwischt das nochmal, Digga. Wieso rennt er denn in die Sonne? Ich habe doch keine Mets, du bist so dumm. Erstmal nachladen, Digga. Ja, ja, und vor allem. Alter, der drimmt ja keine Mets. Das hat nichts. Also, Bro, bin der schlechteste Spieler auf dieser Welt und zusätzlich habe ich keine Mets, weil ich dir vorhin meine 220 Eisen gegeben habe. Ich hätte das Game wirklich flawless gewonnen. Ja, es gibt das. Mit wem spielt der da? Isle of Kuchen, wer ist das? Aber Aoe, so ist es ganz mehrere Leute auf einmal mit einem Schuss. Man muss nicht mehr für die kleinsten Strecken ein Auto nehmen. Man kann auch mal ganz normal für die Zone nebenan. Ach, die geht ja noch weiter. Nimm mich mit! Scheiße, ich habe nur ein Mädel. Das war ja jetzt. Ich rieche dich auf und dann nimm mich mit! Ne, Digga, wir sind zum Glück am Ende. Wir sind zum Glück am Ende. Ich hoffe... Warte. Das spulen ich nur vor. Ich habe dir einfach sein Ausdruck vergessen. Ne, man wollte einfach nochmal da auf 10 Minuten kommen. Perfekt, Digga. Lost Moments September, die kommen dann nächste Woche dran. Leute, das war es von wieder einer unglaublichen und unfassbar tollen Runde hier an der Stelle von Trimax Fails, meine Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr habt eben gehört, einen Tag nicht zur Weißlein. It's on. Und, äh, Lukas, äh, da haben wir auch noch ein Video hochgeladen. Ich bin jetzt einfach mal so frei und verlinke das auch sogar, meine Freunde. Beziehungsweise nicht das Video, weil mein Video kommt heute direkt, Lukas. Aber dein Kanal, der ist verlinkt. Das gönne ich dir. Macht's gut, meine Freunde. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Auf Wiedersehen, Leute. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.